Einen wunderschönen Samstagmorgen in die Runde. Herzlich Willkommen zu einem neuen Bitcoin Update Video. Bitcoin momentan bei 47.100 US-Dollar. Wir sind in der Spitze bis auf 48.200 US-Dollar gekommen, also damit auch unseren ersten wichtigen Widerstand angetestet. Was sind die Gründe für den Pump? Sehen wir möglicherweise noch einen Rücksetzer und werden wir diesen Rücksetzer nochmal eventuell mit unserer Long-Position verdoppeln? Das werden wir auf jeden Fall alles heute im heutigen Update Video nochmal ein bisschen genauer besprechen. Natürlich werden wir auch auf Wifi-Room und nochmal ganz kurz auf die Stockmärkte, es ist jetzt Wochenende, trotzdem nochmal einen kurzen Blick auf die Stockmärkte werfen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Gestern, also nicht wundern, ab heute sind die Thumbnails nur noch mit schwarzem Hintergrund, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mich hier irgendwie zum Deppen zu machen, nur damit ihr hier irgendwie auf die Videos draufklickt. Also nochmal von meiner Seite, ich habe dazu gestern schon einen längeren Text dazu geschrieben, lest euch das gerne durch, aber nicht wundern auf jeden Fall. So, ach ja und wenn ihr das Ganze traden wollt, gerne bei meinem Partner BingX vorbeischauen. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. So, was ist gestern passiert? Also wir haben einen Pump gestern nacheinander bekommen. Wir sind in der Spitze bis auf 48.200 US-Dollar gestiegen, also genau an unseren R1-Pivot, wo wir auch gestern darüber gesprochen haben, dass das hier so die erste Marke sein könnte, wo dann das erste Mal ein bisschen Widerstand reinkommt. Wenn wir uns das auf einen 1-Stunden-Timeframe angucken, natürlich, wir haben multiple Bearish Divergences gehabt mittlerweile in diesem Bereich. Irgendwann war es klar, dass wir mal einen Widerstand erfahren, beziehungsweise mal etwas oder leicht korrigieren. Insgesamt war die ganze Korrektur jetzt knapp 1.000 US-Dollar, ist nicht wirklich viel für das, was wir in den letzten Tagen gestiegen sind. Also wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier den Pump begonnen bei knapp 43.000 US-Dollar gestiegen, das heißt knapp 5.000 US-Dollar nach oben hingepumpt. Innerhalb jetzt weniger Tage, also seit Mittwoch sind wir so stark gestiegen. Und das wirklich ohne Unterbrechung für die Long-Position gut. Leider kein Rücksetzer mehr gewesen, sonst hätte ich die Position gerne nochmal verdoppelt, kann aber noch kommen. Was hat denn überhaupt zu diesem Pump momentan geführt? Wir hatten natürlich hier oben noch, damals durch diesen ETF, da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, ETF News, ETF gelaunched, alle ETFs wurden befürwortet, sie wurden dann auch getradet. 49.000 US-Dollar war unser Hoch, daraufhin ging es sukzessive nach unten, bis auf unsere 38.600 US-Dollar, da hat sich natürlich auch auf diesem Weg eine Menge Short-Liquidität angebahnt. Und genau so ist es dann auch gekommen, wir haben jetzt die meisten hier nach oben hin liquidiert, die ganzen Short-Positionen, wir haben natürlich noch so ein kleines Cluster hier oben in dem Bereich zwischen 49.000 und 50.000 US-Dollar hat einfach den Aspekt, wir haben da oben natürlich noch unser übergeordnetes Golden Pocket, das zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz auf dem Daily-Time-Frame, wenn wir uns jetzt mal hier ein bisschen rauszoomen von unserem All-Time-High bis zu unserem Tief hinunter, das Fit-Level ziehen, dann haben wir hier diesen Bereich zwischen 50.000 und knapp 49.000 US-Dollar, wo eben das Golden Pocket hier liegt. Das haben wir das letzte Mal schon das erste Mal angetestet und testen es jetzt gerade oder sind kurz davor, dieses wieder zu testen. wurden aber, wie gesagt, an unserem Pivot R1 diesen Monat jetzt erst einmal rejected. Klar, wie gesagt, wir hatten multiple Divergenzen hier in diesem Chart, das Volumen war eigentlich noch relativ gut, also wir hätten ruhig noch weiter steigen können, aber wie gesagt, dieser Pivot, das sind einfach diese Ankerpunkte, die im Monat gerne angelaufen werden. Das gilt für den R1 als Widerstand nach oben hin und den S1 als Support nach unten hin. Dieser würde derzeit bei knapp 37.000 US-Dollar liegen, schauen wir mal, ob wir das wirklich noch erreichen. Momentan gehe ich nicht davon aus. Aber was hat es sonst noch dazu geführt? Also einerseits natürlich Funding Rates. Wir haben ja darüber gesprochen die letzten Tage. Wir hatten extrem, teilweise sogar negatives Funding. Das heißt, es wurde hier sehr, sehr viel geschortet, gegen den Trend geschortet. Daraufhin konnten wir natürlich noch mehr liquidieren, als die ganzen Short-Positionen, die sowieso schon durch die ganzen ETF-News damals in den Markt gekommen sind. Mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen ausgeglichen. Also wir sind relativ neutral, OKX relativ weit oben, die YTX im roten Bereich. Ansonsten sind wir wieder auf normalem Niveau. So, gestern, gleiche Zeit ungefähr, wo ich das Video gemacht habe, waren wir jetzt sogar noch ein bisschen drunter. Das heißt, der Markt kriegt langsam wieder so ein bisschen die Wende. Also wir sind wieder absolut im neutralen Territorium. Dann, wenn wir uns mal, Micha hat es hier in die Gruppe, Jan aus der BingX-Gruppe kann ich euch auch nur empfehlen, postet es immer täglich, die ganzen ETF-News. Wie viel Net-Inflow kommt da? Und wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ETF-Daten, ETF-Investoren haben gestern netto über 400 Millionen US-Dollar Bitcoin gekauft. Wir hatten einen Grayscale-Bitcoin-Trust-Outflow von 81 Millionen, das dann mittlerweile leicht gestiegen ist auf 102 Millionen gestern. Dafür aber Netflows insgesamt von 145 Millionen, am 7.2. und am 8.2. dann von 403 Millionen Dollar. Also, da kommt eine Menge Buying-Crusher mittlerweile her. Deswegen auch die Märkte natürlich sehr, sehr stark am Pumpen. Gleichzeitig ist der erste Pfad schon wieder weg mit Celsius. Celsius hat ja auch noch einen Haufen BTC zum Liquidieren gehabt, die sind mittlerweile auch weg. Also finden oder lassen sich nicht mehr vorfinden. Das heißt, die wurden mittlerweile veräußert. Das einzige Schlimme, was jetzt noch passieren kann, sind die ganzen FTX. Und ich glaube, Genesis, gestern hat es jemand in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, dass Genesis auch anscheinend noch ein paar Liquidierungen macht. Und FTX. Ansonsten hängt momentan sehr, sehr viel an unseren ETFs. Solange die positiv sind, können die Kurse natürlich auch weiterhin steigen. Und dann sind auch neue All-Time-Highs möglicherweise drin. Und da habe ich gestern mal so eine kleine Umfrage gemacht. Ziemlich ausgeglichen, wobei man sagen muss, 40% gehen davon aus, dass wir bald ein neues All-Time-High sehen. 60% sagen, bist du deppert. Also heißen, nein, auf Deutsch gesagt. Sehe ich momentan, also wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen, was die ganze Phase so anbelangt, eher etwas zurückgehaltener. Ich glaube noch nicht an All-Time-High. Als auch wenn wir momentan diese krassen ETF-Zukäufe haben. Ich gehe trotzdem, und daran ändert sich erst einmal nicht, solange wir hier nicht ein Weekly Close über dem Golden Pocket wirklich mal drüber haben, gehe ich nicht davon aus, dass wir ein neues All-Time-High jetzt erst einmal sehen. Also vor dem Halving. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch einmal eben diesen Rücksetzer nach unten hin sehen. Entweder Richtung 38, 35 oder 30. Das sind alle Spot-Kaufzonen. Das sind jetzt keine Muss-Zonen, dass wir da jetzt unbedingt 100%ig hin müssen. Es würde charttechnisch einfach am meisten passen. Wir haben nämlich jetzt auch hier, wenn wir mal ganz kurz das FIP bzw. das Golden Pocket und die ganzen FIP-Levels hier jetzt erst einmal ganz kurz wegmachen, damit wir hier ein bisschen Ordnung haben, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir hier jetzt derzeit ein kleines Doppeltop bilden. Und dieses Doppeltop dann im Endeffekt nur dafür da ist, um die Kurse nochmal nach unten hin zu bringen. Dafür bräuchten wir aber meiner Meinung nach einen Impact. Wir bräuchten sehr, sehr hohe Funding-Fees. Danach sieht es momentan nicht aus. Wir bräuchten irgendwelche Impact-News, die den Kurs runterbringen, weil momentan wirken die Märkte einfach zu bullisch. Und man muss wirklich dazu sagen, wir befinden uns immer noch in einer Phase, wo kein Schwein über Bitcoin redet. Wir sind in unserer Bitcoin-Bubble, in unserer Krypto-Bubble. Kein Schwein redet davon. Und dafür sind wir noch relativ früh dran. Das heißt, weiterhin akkumulieren, das sowieso. Und die wichtigsten Nachkaufzonen, habe ich ja schon 100.000 Mal gesagt, sind für mich einfach hier unten weiterhin die 38, die 35 bis 32 und dann alles unter 30 sowieso. Ich gehe weiterhin davon aus, dass diese Zonen kommen. Heißt aber jetzt nicht, dass man jetzt jeden Tag darüber berichten muss, dass wir crashen. Auf jeden Fall, kurzfristig, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, Analyse für mich, sollten wir hier nochmal runterkommen. Und das deutet sich auch relativ gut mit den Liquidity-Maps, dass wir hier in diesem Bereich, das machen wir mal ganz kurz weg, beim 0,5er, das heißt bei 45.300 bis 44.500 US-Dollar, also diesen Preisbereich hier unten, könnten wir mal überlegen, unsere Long-Position zu verdoppeln. Man sieht es auch hier unten am Volumen, da ist auch das meiste am Volumen hier nochmal reingekommen. Das heißt, hier werden auch wieder einige liquidiert werden. Man muss jetzt so gucken, wie das jetzt am Wochenende abläuft. Kriegen wir hier möglicherweise unser Doppeltop rein sogar. Das heißt, dass wir hier, wenn es denn schreiben würde, dass wir hier sogar nochmal in den R1 reingekommen, beziehungsweise sogar unser Top hier oben nochmal erreichen mit einer Bearish-Divergence wäre sogar noch besser, dann würde ich mir hier sogar noch mal überlegen, eine Short-Position einzugehen, weil wir eben unsere Long-Position noch offen haben. Und dann hier unten in diesem Preisbereich zwischen, ich sage jetzt mal, alles zwischen 43.500 bis 44.500, wäre dann die Möglichkeit, um unsere Long-Position nochmal zu verdoppeln und dann gegebenenfalls hier auf ein Bullish-Breakout nach oben hin zu hoffen. Ist aber für mich immer noch nicht das Bullischste Szenario. Also für mich geht es weiter noch runter, da bleibe ich auch erstmal noch ein bisschen standfest. Aber wie gesagt, das wäre dann die Bullische Variante, die Bearish ist. Wir kriegen den kompletten Abverkauf in Richtung 38.000 bis 35.000 US-Dollar. So, war jetzt ein bisschen, brauchen wir doch ein bisschen lang über Bitcoin gequatscht. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Also, hier bin ich weiterhin froh, dass ich nicht Short gegangen bin. Also, können wir auch erstmal wegmachen. Der Weg ist auch erstmal futsch, können wir auch vergessen. Und das ganze Fit-Level können wir auch vergessen. So, was hat sich hier getan? Vier Stunden-Timeframe. Wir haben ein höheres Hoch auf vier Stunden-Basis in den letzten zwei oder knapp drei, vier Stunden-Candles bekommen. Das ist schon mal gut, dass wir diesen Preisbereich hier oben erstmal drüber geschlossen haben. So, das heißt, wir haben schon mal die Struktur hier, diese ganze Abwärtsstruktur erstmal gebrochen. Auch hier wäre aber das gleiche Szenario wie bei Bitcoin. Es wäre positiv. Sollten wir hier nochmal einen Rücksetzer bekommen, würde sich auch perfekt hier mit dem Pivot wieder übereinstimmen, dass wir nochmal in den Preisbereich zwischen 2.370 bis knapp 2.357 US-Dollar gehen, dass wir dann hier runter gehen, Doppeltop entweder bilden oder dann weiterhin nach oben hin ausbrechen. Also, hier würde ich mich eher long positionieren, weil wir hier keine Gegenposition momentan aufhaben, beziehungsweise keine Longposition derzeit offen ist, dass ich hier mir einen Short reintrauen würde. Deswegen warten wir hier ab und ich hoffe darauf, dass wir hier unten dann unseren Long-Entry kriegen. Gleichzeitig haben wir hier noch die Überschneidung mit unserem Abtrend, der dann hier unten auch noch reinkommt. Ansonsten habe ich ja gesagt, wir gucken noch auf die Stockmärkte. Da muss ich jetzt leider dazu sagen, okay, S&P 500 wurde ganz, ganz knapp um 5 Punkte ausgestoppt. Das heißt, auch hier zum Glück nur der S&P 500, der hier schiefgegangen ist. Und nicht, dass ich hier noch gesagt habe, okay, wir gehen hier noch in den Nasdaq rein, weil auch dieser ist über den R1 mittlerweile drüber. Das heißt für mich momentan überhaupt keine Short-Szenarien mehr, die ich mir hier ausbilden kann. Die Märkte einfach zu krass bullisch. Gehen wir noch rüber zu unserem Euro-US-Dollar-Trade, der momentan weiterhin läuft und sieht auch relativ gut aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir sind hier weiterhin an unserem Widerstand. Der Weg bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, da Take-Profit 1 genommen. Für alle, die jetzt immer noch keinen Take-Profit 1 genommen haben, könnt ihr den jetzt immer noch nehmen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu berichten. DAX weiterhin Konsolidierung, Gold ein bisschen leichter Abverkauf, aber absolut in der Range. Deswegen wird es heute kein Video geben, also kein Marktausblick-Video. Es tut sich auch relativ wenig und wenn wir uns mal ganz ehrlich die News nächste Woche angucken auf Investing, nächste Woche und da mal so ein bisschen gucken. Also so wirklich viel, die VPI-Daten stehen natürlich an, das am Dienstag. Ansonsten ist relativ ruhig nächste Woche. Deswegen kein Video. Ich denke, das sollte euch für die Tage jetzt erstmal ausreichen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende noch. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und ansonsten hören wir uns. Vielleicht, ich kann es doch nicht versprechen, dass wir uns morgen hören. Ansonsten spätestens am Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypt.